So, da sind wir auch schon wieder zurück. Ihr seht schon, ein Geschenk haben wir noch offen. Wie gesagt, ich bin immer noch im Umzug. Hier steht wirklich nur noch mein Rechner in dem Haus, wo ich vorher drin gewohnt habe. Aber erst an Weihnachten bekomme ich halt den Internetanschluss drüben. Deshalb müsst ihr euch mit den Livestreams ein bisschen gedulden. Logischerweise habe ich noch ein bisschen was zu tun, was Trapezieren, Streichen etc. betrifft. Aber erstmal nur die Erklärung, warum von mir gerade in Anführungszeichen kein Livestream kommt. Wenn ihr hier den Skin haben wollt, kein Problem. Ich blende euch oben rechts was ein. Wenn ihr da drauf klickt, werdet ihr natürlich direkt sehen, wie ihr den Skin bekommt. Dann alle Neuen unter euch, erstmal herzlich willkommen. Ihr wisst ja, Shop-Video ist bei mir das wichtigste Video, wenn ihr alles wissen wollt um die Custom Games mit dem Preisgeld. Derzeit 20 Euro bis Jahresende. Auch was die Skinverlosung betrifft, einfach am Ball bleiben, gerne ein Abo dalassen. Vergesst den Stream nicht zu... ach, das Video nicht zu liken. Stream haben wir gerade nicht. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ich würde sagen, wie gesagt, gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren und gerne ein Like auf das Video dalassen. Wir gehen direkt mal rein, was wir heute bekommen. Ich hoffe nicht sowas wie heute schon mal. Weil ich habe ja heute alles auf einmal gemacht. Wir gucken einfach mal. Jetzt interessiert es mich wirklich, weil das Paket hatte ich schon offen und das auch. Ich mache jetzt einfach das nochmal auf. Ich hoffe jetzt ist nicht dasselbe nochmal drin. Aber eigentlich darf es ja nicht zweimal dasselbe sein. Aber dann sieht man doch, es ist random. Und? Oh. Eine Schneekugel. Ah ja. Ah ja. Mal gucken wir gerade nochmal genau rein. Warte. Geh nochmal zurück. Spind. Ähm. Babbabbabbabbim. Wo haben wir es? Hier ist die Schneekugel. Und dann fängt es an zu schneien. Ja, das ist nicht schlecht. Also, auch darauf könnt ihr euch freuen. Wie gesagt, ist nur ein kurzes Infovideo, was ich aus dem Geschenk bekommen habe. Gleich gucke ich auch direkt, was es als nächstes Aufgabe gibt für heute. Und wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren. Und vergesst nicht, das Video zu liken. In dem Sinne, viel Spaß noch. Ihr habt schön Zeit zum Zocken. Ich muss hier leider weiter umziehen. Und in dem Sinne, haut rein.